Flüchtling zu sein ist mehr als nur ein politischer Status. Es ist die einschneidendste Form der Grausamkeit, die man einem Menschen antun kann. Wenn wir dem Leid anderer gegenüber immun werden, ist das sehr gefährlich. Wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht verlieren. Die große Herausforderung wird es sein, den Ernst der Lage zu erkennen. Die Welt schrumpft und Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen müssen lernen, friedlich zusammenzuleben.